Hallo, willkommen bei Deutsch Info und Training. Heute sehen wir uns die beiden Präpositionen von und aus an. Ich komme vom Supermarkt, ich komme aus dem Supermarkt. Ist das nicht das Gleiche? Schauen wir uns das gleich gemeinsam an. Die Präposition aus bedeutet den Ursprung, die Herkunft, woher man kommt. Ich komme gerade aus dem Supermarkt. Hier ist das Haus wichtig, das Gebäude. Ich war im Supermarkt und jetzt komme ich aus dem Supermarkt. Ich komme gerade aus dem Haus. Auch hier ist das Haus wichtig, das Gebäude. Ich war im Haus und jetzt komme ich aus dem Haus. Ich komme gerade aus der Dusche. Hier ist die Dusche wichtig. Ich war in der Dusche und jetzt komme ich aus der Dusche. Ich komme aus Österreich. Hier ist das Land wichtig. Meine Heimat. Ich bin Österreicher. Ich komme aus Österreich. Wenn ich also aus dem Supermarkt komme, dann bedeutet das, ich beziehe mich auf das Gebäude, auf das Haus, auf das Geschäft. Ich komme gerade aus dem Supermarkt. Aus diesem Haus, in dem sich der Supermarkt befindet. Wenn ich sage, ich komme vom Supermarkt, dann komme ich gerade vom Einkaufen. Ich beschreibe also die Tätigkeit. Was habe ich gemacht? Ich habe im Supermarkt eingekauft. Ich komme vom Einkaufen, vom Supermarkt. Ich komme vom Supermarkt. Hier ist das Einkaufen wichtig. Was habe ich gemacht? Ich habe eingekauft. Ich komme vom Einkaufen. Ich komme vom Supermarkt. Ich komme vom Haus meiner Eltern. Wichtig ist der Besuch bei meinen Eltern. Ich war bei meinen Eltern. Ich habe meine Eltern besucht. Jetzt komme ich von meinen Eltern, vom Haus meiner Eltern. Ich komme von der Dusche. Hier ist das Duschen wichtig. Was habe ich gemacht? Ich habe geduscht. Jetzt komme ich vom Duschen. Ich komme von der Dusche. Ich komme von Österreich. Hier ist die Richtung wichtig. Woher komme ich? Ich komme von Österreich, weil ich dort Urlaub gemacht habe. Jetzt bin ich wieder in Deutschland. Aber ich komme von Österreich. Ich komme aus dem Supermarkt. Ich komme vom Supermarkt. Ich komme aus dem Haus. Ich komme vom Haus. Ich komme aus der Dusche. Ich komme von der Dusche. Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Österreich. Ich komme von Österreich. Wie ist das zum Beispiel mit einem Beruf, wenn ich einen Bäcker habe? Ich komme vom Bäcker. Das heißt, ich war gerade beim Bäcker einkaufen. Ich kann nicht sagen, ich komme aus dem Bäcker, weil Bäcker ja eigentlich eine Person ist. Und ich kann nicht aus einer Person kommen. Ich kann nur aus einem Haus kommen, aus einem Gebäude. Aber ich kann sagen, ich komme aus der Bäckerei, weil die Bäckerei, so wie der Supermarkt, ein Geschäft bezeichnet. Die Präposition aus bezeichnet auch den Grund, warum ich etwas tue. Ich tue etwas aus Liebe, aus Höflichkeit, aus Überzeugung oder auch aus Eifersucht. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und hilft dir beim Deutsch lernen. Wenn das so ist, dann freue ich mich wie immer über deinen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keines meiner zukünftigen Videos verpasst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, hier auf YouTube, auf TikTok oder auf meiner Website deutsch-info-und-training.com. Für heute sage ich danke und ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Tschüss, Baba.